Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TrudeWoods. Ja, das letzte Mal, ähm, ja, sind wir hier stehen geblieben, wir haben davon nicht gesehen. Da habe ich hier die Folge geblieben, nicht? Ja, das ist schon wieder eine Woche her, dass ich gespielt habe, denn ich nehme mir jetzt immer nur zwei Folgen auf, ich möchte das Ganze aktuell halten. Ja, wir gehen mal weiter und hier ist wieder ein Saun. Da vorne ist eine Höhle. Und wieder Hütten. Die sehen aber bewohnt aus. Und hier ist ein Schatten. Eriks Haus. Okay. Ich bin schon mal bei Eric. Ah, denke ich noch nicht, der nicht geliefert ist ins Haus. Schau mal, wo Eric zu Hause ist. Hier ist es mal. Oder hier, lesen. Genau. Äh, ja. Ähm, falls ihr das verpasst habt, ist ihr das jetzt nicht bevor, habt ihr so entschieden. Ihr könnt gerne auf Stop drücken. Es lesen wollt. Ja. Ich glaube, ihr mit zu Hause ist. Ich glaube, wir müssen hier rauskommen. Mom? He could be back in a minute. I think we just have to run. Mom! Don't wanna get cornered in here. Mom, listen to me! What? We have to go. Mom, I'm not going. Huh? What do you mean? I can't go with you, Mom. I left the trail for you so I could say goodbye. Espen, you don't know what he's going to do. I've seen things, read things. I think he's going to try to- I know, Mom. I know what he's going to do. And what I have to do. Espen? He's coming. Quick, hide! You should not have come here. You took my son. You're a murderer. You take children from their homes. The fate I suffer is not one I enjoy. Nor is it one I have any choice in. The fate you suffer? What about these children? All these children? They are chosen. They must come. Some of them, like your brave son, even choose to come. They're children, you fucking monster! They shouldn't decide if they live or die! You lie to them! You lure them! I don't lie. I only tell them what must happen. There's no time for this. Sunrise draws near. Espen, we must leave. Get back! Don't you touch him! Mom, it's okay. It's going to be okay. No! Don't hurt her! Run, Espen! Run! You cannot protect him any longer. Mom! Mom! No! Mom! 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 I got it. Oh, Espen. Oh, Bastard. Okay? Was? Warum? Wie? Sie sind weggegangen. Sie sind gegangen. warum ist er freiwillig mitgegangen was machen was passiert so um ist er freiwillig mitgegangen sie hätten ausreden lassen was passiert ist the cave was something from a nightmare toys and clothes strewn on the ground treasured items of a hundred children more cast away like wrapping paper it was a tomb the terror these children must have felt the confusion their only comforts torn from them i knew then i wasn't just going to catch up to eric and save my son i was going to kill him will will wird er überhaupt sterben wird er überhaupt sterben oder passiert was mit den anderen weil warum warum will ein kind freiwillig mitgehen zu sterben sind die ganzen namen hier sind die ganzen namen kinder die mitgegangen sind sie wollten oder nicht ich will reflektors genau das ist sein was er mitgehabt hat brave and smart get first on leaving this is behind things i didn't notice hier sind die ganzen spielzeuge von den kindern diese mitgemacht mitgenommen mitgenommen haben müssten doch hier eigentlich die reflektors liegen oder die reflektoren ich sehe da keiner okay was jetzt hinten lang nein ist noch eine kammer was hat warte warte das sind die leute aus kickstarter konnten sich hier verhebigen links oben und rechts unten steht kickstarter ach so ok haben die leute das kickstarter genommen entsprechend bezahlt haben die Prozent habe das spiel nicht auf kickstarter finanziert ich hab's mir aufs team gekauft das besteh ich nicht doch es ist so start hoch okay aber was jetzt gehen wir mal wieder zurück das ist mit den ganzen kindern geschehen was hat er damit vor da kommen wir ja können wir wieder zurück? Weiß es nicht ich schau mal wo sind sie hingegangen? ist hier noch irgendwo lang Turm aber viele fangen hier gehts glaube ich lang oder? gehts hier noch lang hin hä? wir sind kommen wir hier hoch hä? kommen wir hier nicht ran, ok hä? können wir hin? was übersehen? sind die wieder zurückgekommen? ich hä? ich glaube vielleicht hier weil hier im hause etwas übersehen bücher bücher der von rx tagebuch fx genau andere torschlüssel andere geschichten machen wir mal den key mit damit kommen wir wahrscheinlich durchs tor äh oder? aber wie ist dann er durchgekommen wenn der key da liegt? ja ok ähm ok dann gehen wir mal weiter ein bisschen den einholen und herausfinden was er mit den ganzen kindern macht ist wieder so ein tor die öffnen können haben wir schon oft gehabt auf der karte aber was bringen sich diese tore? ist die frage ok man schlittert nicht ich hab geglaubt ähm nein ähm jetzt lang äh äh nein da oder? nein geh mal hin ich schau mir das glaube ich nicht genau genug an oder? fürs tor haben wir keinen schlüssel aber das gibt so wir haben schon so oft ein tor gesehen können wir überall nicht hinein ich sag auch nicht den zu lang ähm können wir hin hier kommen wir ja nicht rein ins tor auch immer für was das auch überhaupt auf der ganzen karte steckt dieses tor frag ich mich äh äh ich was übersehen ist das tor dass er mit ah da oder? nein oder? oh ja das ist nach unten äh das ist der killer der killer aber das ist hier nichts der bücher ja ein geheimer gang und ein ladebildschirm fight club achievement ja jetzt haben wir endlich den erwig gefunden noch das gefunden das ist das Essen sogar mit Willen sich nicht es tut sich schnell mitzugehen drum sind sie hatte mit denen vor also ich glaube er der da gibt es so eine kreatur und ähm die kreatur muss gefüttert werden von speziellen kindern oder so denke ich und deshalb ja aber ich glaube da liege ich richtig da war jetzt irgendetwas er ist jetzt erstens auch runtergefahren also hat er den runtergeworfen ich habe sie nicht genau gesehen habe ich genau aufgepasst diese nicht Claro meine nicht warum ich mit einfach du willst ich das ich ist ja sie wollen kinder fressen aber warum verstehst nicht viele fragen jetzt ist weg oder checkpoint schauen wird es ist es ist Oh Gott! Oh Gott, da bin ich jetzt erschreckt. Hä? Hat da jemand? Ich hab's gesehen, aber die haben doch gerade geredet. Deshalb dachte ich, sie sehen mich nicht. Deshalb ist auch ein Ladepoint, äh Trickpoint. Hä? Ich bemerkt. Ich bin doch nicht lang, hä? Ich bin doch nicht lang, hä? Ich bin doch nicht lang, hä? 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 Da geht's ja nicht lang! Wie ist denn hier lang? Hä? Komisch. Da können wir noch anders, aber wenn wir mal leiser gehen, bringt nichts entdecken und trotzdem haben wir uns schon entdeckt. Ich kann ja mal schleichen, aber ich glaube nicht, dass das was hilft. Sie haben uns ja, glaube ich, schon entdeckt. Nein. Nein. Ich schleiche nicht. Nein. Oh ja, hier geht's lang. Ich habe mich voll gefallen. Da ist doch viel Spaß. Ich habe mich gerne gelernt. Das ist ja noch nicht. Ich habe dich überrascht. Aber wie war Fragen? 1 die Zeit das ist der Wolf jetzt frisst er uns aber Wo kommen wir hin? Richtig. Na. Müssen wir uns verstecken, oder? Naja, okay, egal, ob wir es schaffen, so werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, würden wir uns über den Daumen hoch freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.